und willkommen zurück ja ich habe ein bisschen viel vorgetan ein bisschen was gemacht habe paar kabel geköpft die sind hier drüben drin und zwar bundle cable und das verdammt teuer und zwar brauchen wir mal vier insulate cable bzw insulate wire welche farbe ist eigentlich relativ egal wir können die auch mischen und brauchen noch mal vier fäden ich habe keine fäden mehr das heißt ich bin momentan am zerkleinern von wolle das dauert natürlich auch massigweise hier und da bekommen wir ein bundle cable draus also ich bin jetzt gerade immer mehr rumlaufen gewesen und schauen ob du hast du wieder was hast du nicht oder kannst wieder nachfüllen und das ist widerlich zu jetzt habe ich dann gesehen und die lavas nicht bald alle und habe mir überlegt wir machen nachher noch paar geothermal generatoren damit wir noch ein bisschen mehr strom bekommen für die ganze anlage auch für die ganzen jujometer produktionen hinten dass er vielleicht noch paar dinger daran machen können und jetzt ist schon wieder alles alle zehn kabel ich komme da nicht mit aus darauf hinaus habe ich dann überlegt was kannst du denn noch alles machen beziehungsweise wie kräftest du es da unten habe ich mit endgattern gemacht ist die einfachste möglichkeit dann muss ich nicht überall ein kabel hinziehen bzw muss den timer anders hinsetzen so jetzt haben wir das so gesetzt hier kommt nachher ein endgate hin und das grüne kabel ist immer der timer der hier gesetzt wird der wird immer hier drauf gesetzt der timer wird sich nachher hier befinden das heißt da hier das bandel cable normal lang läuft kommt hier unten eine zusatzleitung hin und wird hier noch abgegriffen an diesen stellen das wird aber dann genau geguckt wie es dann den passt blaue leitung habe ich schon verlegt das ist nämlich glas läuft hinten rum ja und hier oben habe ich immer schon ein bisschen bandel cable gelegt hier an diesen stellen um zu gucken ob es funktioniert das ist halt nachher nicht zu komplikationen kommen wir sagen wir machen als erstes ja wir kann eigentlich auch diese linie vervollständigen hier das ist eigentlich relativ egal also ich kann jetzt mal sagen die hier ja und das war es dann auch schon wieder mit bandel cabelt also müsst ihr vorstellen hier kommt jetzt immer ein endgatter zwischen dann geht einmal das endgatter hier drauf und dann kommt der timer einmal von rechts beziehungsweise links und dann müssen natürlich auch die zusatz aktiviert werden immer hier deswegen ist das so ein aufbauen und das ist natürlich auch ein bisschen teuer und dann brauchen wir nämlich die endgatter end 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 wo sind sie denn da dann brauchen wir nicht wir brauchen end da brauchen wir kathoden und okay wie machen wir die denn okay mit einer fackel die können wir uns eigentlich sozusagen köpfen und wie viele brauchen wir denn davon brauchen 1 2 3 4 5 6 7 da können wir auch irgendwie paar mehr machen dann können wir die schon mal zusammen köpfen weil ich weiß momentan muss ich wirklich auf das warten was ich da machen kann beziehungsweise erst machen muss bevor ich was anderes mache die kabel lasse ich erstmal im inventar falls ich die jetzt gleich noch irgendwie brauche oder halt die anderen bandel cabelt mal eigentlich fertig werden so das kann raus dann brauche ich noch ein timer ein timer also der bohrmann pointer und da bräuchten motor und motor da wo ich so eine kupferkeule dabei ist eine komische tour plate ok tic taktik ja wie mache ich die tour plate denn hier hallo hallo ja wie bekomme ich die tour plate denn irgendwie so ein block hätte muss ich unbedingt nachschauen wie ich die denn bekomme aber kann das mal was andere machen das heißt wir können das ein bisschen was zusammen köpfen was so ein material haben so wo sind ja diese komischen platten ich gebe das erst mal ein was ich alles braucht und ein geld da das entgeht immer zwei davon und da brauchen immer vier kathoden wie viel kommen wir aus einem kathode da bekommen wir mal drei raus ok das heißt fackeln brauchen wir auch auf jeden fall da sind die platten die nehme ich mir schon mal raus fackeln habe ich auch nicht mal so viele ok die treppen ein lasst doch die treppen da drin ich wollte aber eben fackeln haben so einsteck reicht jetzt brauchen wir jetzt weiß ich jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst merke wir brauchen vier davon brauchen glaube ich sieben von da unten habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst ist ja auch egal laufen wir mal eben schnell hin wie gesagt ich muss dann gleich gucken was die du wie ich die dorplatte kräfte beziehungsweise wie ich die bekomme 1 2 3 4 5 6 7 7 sagte ich doch machen wir achte dann haben wir ein irgendwo in der reserve rumfliegen blub 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 da könnte ich auch irgendwie rezepte für machen wäre auch gar nicht das problem aber ob ich immer so viel braucht weiß ich auch nicht da habe ich unnötig rezepte da im me system das weiß ich noch nicht so habe ich gesagt 88 4 32 32 so jetzt brauchen wir unten zwei immer das heißt wir brauchen 16 stück davon was braucht man noch genau die da bekommen aber drei raus das heißt da wir sieben brauchen und jeweils immer zwei brauchen wir 14 bis 15 stück herstellen 15 so jetzt damit zum nächsten da war auch nicht mehr so viel von ich werde nicht grad schauen wie weit denn die turtle da hinten ist das dauert mal im moment die bäume sind fleißig am weiter röteln hier das soll ja auch so sein mit den bäumen die brauche ich nämlich für später halt für die zucht die ich mit dem baumfarben überall hinsetze also ich habe mir überlegt hinten zwei hinzusetzen an diesen plätzen hier also einmal da eine kleine oder hier eine größere und die noch einen nach da hinten hinsetzen das ist auf jeden fall super aussieht und ich glaube die turtle ganz fertig ist noch nicht aber sie schon dabei sie ist noch dabei da hat es mir auch schon das uran rausgeholt oder hat es noch genug materiale da drinnen also das macht es jetzt auch bis unten bis wir halt hier sozusagen komplett ein riesenfeld haben was ich da rein mache keine ahnung ob ich die beiden zusammen verbinden werde da an der stelle oder ob das noch ein riesenloch wird ich weiß es nicht eigentlich hole ich da nur material raus ziehe nach einer erdschicht drüber und ruhe es eigentlich aber es kann auch passieren dass ich da noch etwas rein baue weil sie nicht eine farm oder schlachthof noch mal zusätzlichen so etwas riesen größeres müsste ich mal gucken oder eine riesen anlage wo ich strom produziere das werde ich dann sehen oder eine jubi metafabrik solarpanel anlage da muss ich wie gesagt schauen ob ich das alles hinkriege so und zack 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 so dass hier rein links rechts was fehlt jetzt seine mit ich hab's gewusst da fehlte doch noch was und zwar bräuchte das jeweils einmal das heißt sieben mal wie viel komme ich raus ein ok machen wir achte brauche ne achte 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 so achte schick danke sehr eine mitte den rest hier einfach nur noch eingeschmissen zack zack zick und auch so ja gut sieben stück der aktionsному our 1 oder dass er die trinz haben ist natürlich auch ein bisschen blöd achte kommen das war BECH fatten können es ist ziemlich war noch vollpacken immer noch genug platz von bois scales rubel Das ist ja gar nicht so schlimm, aber ich brauche noch so einen Scoodriver oder Scoodriver, keine Ahnung, so einen Schraubschlüssel. So. Wie wird der denn nochmal geschrieben, oder mit C? Da ist er doch. Den Schraubschlüssel brauchen wir. Zweimal Lapis und Eisen, das geht ja noch. Bevor wir das machen. Nachschub am Zerkleinerer reinschmeißen. Ah, der macht nämlich gleich nicht mehr viel, so. 26 Wolle, das reicht ja wieder für ein paar Minikabel. Das ist unglaublich, das frisst richtig Material, hier dieses Zeug. So, jetzt dachte ich Eisen. Zack, 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 und Lapis. Warhandle. Dankeschön. Den brauchen wir, und jetzt können wir hier noch ein paar Wires machen. White Wire. Und das war's schon wieder, sechs Stück. Das ist ungelogen, dass das wirklich so viel Material ist. Da muss ich vielleicht noch einen Spinn-Spawner irgendwo finden und den da auch noch hinsetzen. Sonst anders klappt das gar nicht. Damit ich genug Fäden habe. Immer Wolle da durchzuschmeißen, ist natürlich auch blöd. So, und jetzt hier. Zack, 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 zack. Ähm, den brauchen wir jetzt. Und jetzt können wir sagen, der Ausgang kann raus. Beziehungsweise, warte mal, der. Muss ich jetzt genau schauen. Der auf jeden Fall, der kommt weg. Dann sage ich immer ein Pärchen jetzt, ne? Genau das hier. Der. Der. Jetzt wieder den linken. Hier den rechten. Und hier den linken. So. Und dann kann das Bundle-Cable hier angeschlossen werden. Und dann ist das fast schon, aber nur fast fertig alles. Na. Wie viel brauchen wir denn noch hier? Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Achte, neune, zehn, elf, zwölfe, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Meine Güte. Dahinten fehlt ja auch noch was. Uah. Ach, neunzehn, neunzehn, dreißig, 31, 32, 33, 34, irgendwie vierzig Stück. Okay. Vierzig Stück. Bevor das aber weitergeht, können wir ja jetzt hier den Timer setzen. Das heißt, er zieht auf grün wieder. Da hier auch noch ein Bundle-Cable. Das Bundle-Cable kommt von hier. Beziehungsweise geht hier drauf. Ähm. Dann setze ich den Timer hier zwischen. Dann habe ich so Platz hier noch genug für andere Verdrahtungen. Das sieht doch gut dann aus. So. Ja, dann läuft es nämlich auch bald. Da freue ich mich schon drauf, dass die Anlage läuft. Und zwar vollautomatisch, beziehungsweise mit Touchpad. So, Fackeln brauche ich auch nicht mehr. Äh. Habe ich jetzt Eisen hinten reingeschmissen gehabt? Weil ich wollte mal noch ein bisschen wie... Genau. Schmeiß das mal bitte da durch. Wie Feind Eisen machen und mal gucken, wie viele von... Ja, das ist auch fertig, 32 Stück. Ich hatte nicht mehr genug Eisen. Also da muss ich auch noch automatisieren. Hier, da sitze ich auch noch ein paar Folgen dran, dass es alles direkt da reinlaufen kann oder beziehungsweise ich auswählen kann. So. Du hast bestimmt auch nicht mehr da. So, wie gesagt, da muss ich jetzt warten. Das kann natürlich auch einen Moment dauern. In der nächsten Folge können wir vielleicht noch ein paar Geothermalgenerator ein bisschen Leitung verlegen, ein paar Endertanks etc. machen. Na, da ist doch. So, das war's. Ich habe auch keine Weiher mehr. Keine Weiher heißt, ich brauche wieder mehr davon. Wolle. So viele, wie ich rauskriegen kann, mehr. So, die behalte ich jetzt erstmal im Inventar und den Rest muss ich gleich alles schauen. Oh, da habe ich wieder ein Bundle-Cablet. Wow. Komme ich ja richtig mit aus mit einem. Also das ist ungelogen, was das an Material frisst. Das frisst ja einerseits Wetter und Eisen, dann nochmal Wolle und dann nochmal Fäden in der und dann bekommt man nachher nur so ein von den Dingen raus. Das ist wirklich extrem nervig. Ach, stopp. Das kann ich gar nicht so machen. Das sind ja nachher separate Kabel hier. Obwohl, 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 wenn ich den hier anschalte, dann schaltet der ja den durch. Da müsste ich eine andere Farbe nehmen. Hier müsste ich eine andere Farbe nehmen. Nicht grün, sondern lila oder so. Was ich eigentlich von vielen habe. Von vielen Farben. Weil das kann hier bleiben. Das steht hier. Hier kommt die andere Szenen. Hier kommt dorthin. Obwohl das auch noch ein Ding näher kann. Ja, so kann das. Da braucht man eine andere Farbe. Da braucht man eine andere Farbe. Da gibt es nicht super viel aufgebaut. Da macht es auch ein Ding.